Na endlich! US-Talker Jimmy Fallon beantwortet uns eine wichtige Frage zu einem Song von Scooter. In seiner Tonight Show hat Fallon eine Lester-Rubrik. Songs, die man nicht hören sollte. Der Großraum-Disco-Klassiker How Much Is The Fish kommt irre gut bei ihm und dem Publikum an. Auf der Facebook-Seite von Scooter postet er nach der Show ein Video, in dem er fragt, ob der Fisch zum Essen war oder in ein Aquarium kam. Und natürlich die wichtigste Frage, was kostet der Fisch? HP Baxter hat per Video geantwortet und gesagt, dass der Fisch in einem Aquarium im Studio war. Da war es ihm aber zu laut. Und der Preis? Danke, Jimmy Fallon. Jetzt wissen wir endlich eine Antwort auf eine der quälendsten Fragen der 90er.